Wir haben Panda verloren! Nein! Dafür haben wir jetzt... Du, Jungle, ich supporte das Free-Win. Das ist absolut Free-Win-Game. Und wir spielen gegen Panda wahrscheinlich, da wird's noch ein bisschen heiß. Absolut easy. Best Rhythm NA auf Talon. Aha. Oh, die Gegner kommen, sieht böse aus. Gewinnen wir das 2B2 überhaupt gegen Pantheon, wenn ich ihn gucke, ich weiß es gar nicht. Pantheon ist legit... Pantheon ist so Omega-Broken, das ist wirklich komplett insane. Also ganz ehrlich, ich hab halt wirklich noch nie ein Game gesehen, was mehr Free ist. Das ist ja wirklich... Das hast du beim letzten Game auch schon gesagt. Ja, aber da hab ich auch... Und dann hatte ich eine 0,17. Da hab ich aber auch nicht gesehen, was der Nautilus vorher zum Mittag gegessen hat. Das war ja... Aber jetzt hast du einen guten Nautilus, jetzt ist alles gut. Oh Gott, oh Gott. Junge, mein Nautilus ist legit. Ja, ja, ja. Würde ich solche Ansagen schon höre. Junge, 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 du wirst begeistert sein. Nee, ich geh E-Level 1. Show me what you got, echt. E-Level 1, oh Gott. Geh für den Flash slow. Das ist nicht, was ich gehört wollte, muss ich sagen. Na gut. Von meinem Amazing Nautilus. Ah, what, what, what? Hab ich... Nice. Jetzt schon mehr Impact als der Nautilus. Aber leider sind vier Leute geshared, also wir kriegen nicht die EV. Startet auch topside die EVE, oder? Nee. Nee, du start. Ich kann mal den Pantheon hier entschießen. Oh no, ich das schon höre. Muss noch mal belieben. Ich belief sehr in meine Wurzeln. Aber wenn ich höre, lass uns den Pantheon entschießen. Passt auch, dass die EVE euch nicht abholt. Der Pantheon ist nun schon der Champion, der nicht so gecheased wird. Ja, der hat Q-Start, aber... Das schadet man noch mal. Kannst du machen. Wehe ist halt für All-In. Aber der Lane ist glaube ich Q-Start schon fein. Hä, bin ich dumm? Ich hab den doch grad wehe, wieso sie sehen. Ja, Q-Wieso sie sehen. Er hat doch wehe gestartet. Wenn ich da schon oben gewesen wäre, das wär so huge gewesen. Na, weh. Guck mal, guck mal, guck mal. Ja. Können wir die Probefarbe dran feste? Ja, das kann so. Ja, das kann so. Ich will die direkt nehmen. Ja, wäre mir gut. Es kann sein, dass die da gar nicht ist, aber... Hier? Ja, ja. Ja, ja, ich muu. Oh, wie shit. Oh, wie shit. Das ist so nasty und damage ist einfach so disgusting. Das ist so lächerlich, wie viel Schaden dieser Champion macht, man. Und dann noch Flasher. Okay, dich einmal fast. Oh, oh. Alter. Are you fucking kidding me? Hä? Die kann not balanced sein. Na gut, ich wollte ihn lassen, aber das war... Dass der mich da fast killt, ist schon crazy. Oh no. Ich glaub, wir haben unsere Winning Combination gefunden. Du, aufs. Mal hier, komm mal hier, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du auf Support und ich im Jungle. Das ist die Winning Combination. Ja, das sind auch die beiden Most Balanced Rolls ingame. Echt, Entschuldigung? Jungle ist voll nicht stark, ey. Nee, nee. Wild Games möchte das doch nochmal waffen, oder nicht? Jungle ist nicht so stark, gebe ich dir recht. Aber Bot kannst du das machen? Ja, die haben gerade Ult raus. Also zumindest Gin Ult. Ich bin auf fünf, aber ich glaub wir können es spielen. Gin hat keinen Mana mehr. Aber ich hab halt ein ganzes Jungle Item in der Base. Wie du willst, du müsstest glaub ich nicht spielen. Ah, der intergt gerade. Lecker. Ich glaub, wir hätten den Namen noch kriegen können. Statt, äh... Ich... Ich hätte mir den kriegen können, dass er mir bildet. Na, ich war leider auch noch nicht Six. Dann bleiben wir unten, würde ich sagen. Ich glaub, der wird... äh... Oh... Lecker. Äh... Habe ich jetzt nie zu viel gemacht? Die EVE AFK? Ah, die EVE AFK, ja. Ja. Ach, Mann ey. Kaum spielen wir nicht unsere Mainrollen, schon geht's auch erst. Im Jungle läuft's immer. Sofort läuft. Alles läuft. Top B. Guck mal. Dann gewinn doch einfach alle Lanes. Ich gewinn alle Lanes. Mann, das ist sehr freundlich. In Flaschen. Oh mein Gott. In Huxa, ne? Ich denke... Ähm... Jetzt haben wir ein Problem hier. Hast du noch Star Wars? Ja, ja. Ich nehm den auch noch, ne? Das ist jetzt ein Bummer. Wo war denn die Stopwatch, Juge? Was soll ich noch Stopwatchen? Die Katharina, da kriegt die keinen Reset. Bitte was? Okay, also ich sag mal, ich wollte dich testen. Nee, 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 nee. Also ich hab den extra verkackt. Dafür verschwende ich doch meine Stopwatch nicht. Er hat mir locker gewonnen, mein EVE AFK. Der Play war vorbei bevor es angefangen hat. Nein. Sag ich wie es ist. Du hast einfach, also die... Nee, 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 nee. Du baust es ja eh aus zu diesem anderen Alter. Ja, aber jetzt können wir nochmal... Jetzt können wir ja nochmal bleiben, weißt du? Nee, jetzt geh ich ganz woanders hin. Ich muss ja nicht mit dir deuteln, ist mir auch egal. Ja, ne, ich schau dir ganz genau zu. Mr.124 im Hardwinning-Team. Ja, gleiche KDA wie du, verstehe das die Frage nicht. Ich stehe 2-2-3, ne? Also die Kill zu Death-Reihe zählt ja. Hm, was ist das so, ja? Assistant für die Schwachen. So. Ist das so? Da kannst du dich nicht rausreden. Na gut, dann muss ich hier recht gehen. Dann mach ich jetzt deine Krabbe. Ey, warte. Oh hell fack'n dauer. Die krieg ich leider nicht. Guck mal hier, gibst mir noch eine Chance hier, guck mal. Ja komm, ich geb dir noch eine kleine Chance, gibst mir noch. Aber die muss jetzt klappen, ne? Ja, den Minion hab ich. Guck mal hier. Ja, ja, ja. Hab ich? Chill, 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 chill. Ich fand meine Ulti auch gut, wie wollte ich sagen. Also wir sind auf jeden Fall jetzt schon ein eingespieltes dynamisches Duo hier. Nautilus ist aber eher so wie Spider-Man, so viel wie du da die Wände grabst. Ja. Die Spieler sind immerhin in nächster Nähe, ne? Es geht ja darum, man muss ja... Spider-Man, der macht ja auch nur Damage, wenn es sein muss, weißt du? Der will ja auch eigentlich nur de-eskalieren. Spider-Man tötet tatsächlich gar niemanden, oder? Genau, so bin ich mit Nautilus. Hat Batman auch nicht, oder? Weiß ich nicht. Batman hat schon ein bisschen mehr Bock, glaub ich. Tötet Batman, Leute? Kann man eigentlich wissen, oder? Ich glaub Spider-Man auf jeden Fall nicht. Äh, Toner mehr? Ähm, Toner mehr? Ähm, Toner mehr? Ich muss mir erklären, wie der nicht geht. Das musst du mir erklären. Ich wär da getroffen worden. Wer ist dieser Nautilus? Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ich hätt jetzt halt Stormplate Ready in der Base, aber ich geh halt nicht Base, bis ich das Ding benutzt habe. Natürlich gehst du nicht. Die muss sich ja doch gelohnt haben, dass du die uns nicht eingesetzt hast. Richtig. Spider-Man-Skin für Nautilus sein Anker ist ein Spinnenfahren. Würde ich feiern. Das wäre actually gut, ja. Wollt ihr unten töten? Wollt ihr drei? Wollt ihr den Hook ein bisschen auf für Leute? Wollt ihr einfach. Genau. Nimm ihn. Entschuldigung. Was hab ich da gerade gehört aus dem Augenwinkel? Hey, wolltest du mich grad schon wieder verkaufen? Nee, nee. Sag mal. Hab ich da was gesehen? Mann, ich will hier meine Stormtrozen. Was soll das? Ach, die Krabbe schaffst du vielleicht nicht. Ja, die Gromp hatte mich fast, ne. Gut, dass du aufgepasst hast. Das hat mir mal einen richtigen Support, Leute. Ich hielt mir die Stopwatch für den legendären Nexus Dive aus. Da ist die alle, die sich nicht so legendär sein. Damit dich da jemand verkaufen kann. Egal, ich geh jetzt nicht Base. Natürlich gehst du nicht Base, ey. Mit so ner Performance. Kann man sich auch mal den ein oder anderen Int leisten, ey. Das ist ja ausreizen hier. Guck mal hier. Hallo? Warum ist der Action? Warum ist der Action? Ich bin direkt hinter dir. Geh einfach rein. Geh einfach rein. Ja, die Kaiser bin ich oben. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Du hast das. Du hast das. Ja. Okay. Wo bist du? Du kannst noch fallen. Keine Angst. Ja, jetzt bin ich wieder da. Gleich mal. Aber ich wollte den schon wieder klauen. Ich hatte wirklich gerade erst Mana. Dann haben wir ja auch. Ich wollte die Secure. Mann, wann kann ich jetzt hier mal meine Stopwatch usen? Ja. Wird es nicht flashen müssen? Dann wären die gebatet gewesen, weißt du? Ja, ich weiß. Ich hab doch gesagt, ich bin gleich da. Ich müsste doch kurz die Raptoren nehmen. Und die Trucks und so, ne? So, jetzt gibt's hier eine 1A Stopwatch gibt's jetzt hier. Ja. Ich hab da nicht mal 1A Stopwatch gewählt. Scheiße. Aber wir haben die Stopwatch das nächste Game noch. Wir haben da noch was zählt, ja. Nice. Ich bin so useful. Können wir, glaub ich, noch fighten, wenn du kommst. Ich bin leider gerade ein bisschen getradet worden. Willst du das wirklich fighten? Der hat keine Hult mehr, ne? Ah, sieh'n Hult. Ich bin extra haben können, my bad. Willkommen, TP. Files? Echo wahrscheinlich. Komm mal zu dir. Der ist sehr, sehr weak. Der ist sehr, sehr weak. Du kannst den Eckstück verhalten. Mach's euch da. Oh, lol. Perfekt, gebetet. Wirklich, der kann überhaupt nix machen, der Echo. Selbst wenn der die Ult auf dich trifft, glaub ich, macht der nix. Das höre ich gerne. Ich kann die alle töten. Mach hier nen Panther jetzt. Das ist noch n Echo. Oh, die MF-Ult war smart, ne? Oh, ich hab die fast, fast erst n Panther gewesen. Schön. Schön so da. Man, ich hätte besser spielen können. Da war n Panther drin sogar. Einmal aus Versehen kurz in die MF-Ult gedippt. Direkt halbes Leben. Schade. Ah, der Ult ist ausgelaufen. Let's go. Puh. Das ist auch risky. Wir gehen jetzt halt für den Split-Push, den Drachen und den Nash. Also wenn das klappt, dann ist das ein Power-Play. Okay. Die Fiora macht mir nicht so viel Freude, muss ich sagen. In dem Game. Hat halt mega viel Crasher, aber die ist auch am Limitesten. Nice, nice. Wenn der Wukong gekommen wär, wär wär da so ein Disaster gewesen. Crack, 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 crack. Ja, da haben wir's, oder? Haben wir's, haben wir's nicht? Ich will nicht hingucken. Wir haben's nicht. Okay? Zehn Sekunden Eve, die kann ich eine machen. Oh no. Oh, schade, der war wichtig, der Irr. Bin die Finishing oder nicht? Warum portet die Fiora in dem ihre Wälder ist? Okay, die portet die- Chase, 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 chase. Game, actually, das ist actually game. In the industry spawn. Are you fucking shitting me? Und jetzt finisht Eve, weißt du die jetzt? Ja, guck mal wegen TP, guck mal wegen TP. Die hat noch ein Wort. Guck mal für TP. Guck für einen TP, ne? Die hat what? TP, TP, TP. Oh mein Gott, warte Fiesta. Ich kann doch nicht mehr gewinnen. Okay. Das war echt, das war echt ein sehr trauriges Spiel. Oh, nice. Aber wir haben halt auch viereinhalb gegen fünf gespielt, muss man sagen. Oh mein Gott, die armen Gegner. Wir machen Shawnoring noch! Oh mein Gott. Danke und